Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin momentan bei 54.800 US-Dollar. Wir sind wieder da, wo wir am Freitag waren, nachdem es eigentlich noch mal nachts dann runterging auf 52.500 US-Dollar. Haben wir uns mittlerweile wieder erholt, sind jetzt aber hier an der 55.350 US-Dollar-Marke gescheitert. Geht es jetzt noch mal runter oder kriegen wir jetzt eine weitere Erholung nach oben? Das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update anschauen. Wir werden auf jeden Fall noch gucken, was so letzte Woche noch mal viel passiert ist, weil letzte Woche war einerseits geisteskrank gut, es war aber Freitag dann auch wirklich noch mal ein bisschen stressig, mit gefühlt alle fünf Minuten noch mal in die Gruppe zu schreiben und zu sagen, ja hier, take profit da und da und da. Werden wir jetzt alles noch mal ganz in Ruhe jetzt angucken, deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Wir schauen uns alles an, Ethereum, Gold, Forex, alles mögliche, was es so gibt. Und ansonsten würde ich sagen, bevor wir starten, Like da lassen, Abo da lassen, auf jeden Fall Kanal abonnieren und Glocke aktivieren. Also gerne in die kostenlose Telegram Talk und Signal Gruppe reinschauen, wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale. Dort kriegt ihr auch alles mit, da habe ich dann auch am Freitag gefühlt alle zehn Minuten was reingepostet, wegen den Trades etc. pp. Und wenn ihr noch eine Börse sucht, wo ihr das alles traden könnt, was wir hier besprechen, kann ich euch nur meine Partnerbörse BingX empfehlen. Dort könnt ihr alles handeln, was wir hier besprechen. Und es gibt wieder ordentlich Bodi abzugreifen, auch hierzu den Link unten in der Videobeschreibung. So, jetzt aber rein. Bitcoin momentan bei 54.800 US-Dollar. Was ist passiert letzte Woche? Also, wir hatten ja, jetzt muss ich nochmal Rückblick, hier Freitag hatten wir unseren Dip runter auf 55.300 US-Dollar. Das war ja auch die Zone, wo wir gesagt haben, okay, dort können wir long gehen. Ich werde hier nochmal ganz kurz das FIP-Level dazu einzeichnen, damit wir auch nochmal einen Blick haben, okay, wieso, weshalb, warum. So, das war hier die Zone. Einerseits, weil wir hier die Ineffizienz hatten und die hat hier bei 55.500 angefangen. Da habe ich gesagt, okay, erster Entry wäre hier die 55.500. Zone, wir sind auf 55.300 runtergegangen. Also perfekt abgeholt. Daraufhin hatten wir einen Pump bis auf 57.000 US-Dollar. Das war auch der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir nehmen jetzt einfach mal den zweiten Take Profit. Und kurz danach, ein, zwei Stunden später, ging es dann bergab. Unser Positiv wurde auf Stop-Loss Entry ausgestoppt und wir sind bis auf 52.500 US-Dollar runtergefallen. Das war dann auch unsere große Support-Box, wie ihr unten seht, diese grüne Box. Ich denke jetzt momentan eher immer noch danach, also wir haben momentan keine Positionen mehr hier bei Bitcoin offen. Ich kann mir gut vorstellen, nachdem wir jetzt die Ineffizienz hier erst einmal gefüllt haben, jetzt heute Morgen, dass wir vielleicht nochmal einen kleinen Anlauf nach oben hin starten, je nachdem wie auch OS-Börsen etc. pp. aufmachen. Hier auf 55.756.000 US-Dollar. Wir aber dann nochmal den nächsten Abverkauf nach unten hin möglicherweise sehen. Wir haben nämlich hier einen langen Docht, plus wir haben diesen Docht bei 48.000 US-Dollar nämlich auch noch. Also das ist weiterhin so mein Primärszenario möglicherweise für den September, dass wir uns auf jeden Fall diesen Week holen, wenn nicht sogar noch tiefer gehen auf Richtung 44.000 US-Dollar und dann erst möglicherweise Richtung Oktober, auch wenn dann die Wahlen in den USA sind, dann langfristig unseren Bullrun dann auch bekommen. Weil auf den größeren Timeframe schauen wir uns auch mal ganz kurz an, auf den Daily. Wie gesagt, dieser Week ist sehr, sehr groß, auch auf Daily, der von Freitag jetzt. Dann haben wir natürlich noch den hier vom Montag, 5. August. Plus wir haben hier unten auch noch so eine kleine Ineffizienz, die auch noch gefüllt werden könnte. Also deswegen bis 44.000 US-Dollar ist momentan meiner Meinung nach alles möglich. Um den Aufwärtstrend nicht zu gefährden, wäre so das Maximum 48.000 US-Dollar nach jetzigem Stand. Aber gut, das kann sich bis dahin immer noch ändern. Kurzfristig, wie gesagt, würde ich jetzt erstmal hier in keine Trades reingehen. Dadurch, dass unsere Position dann ausgestoppt wurde nach zwei Take Profits, warten wir jetzt hier erstmal ab. Wir müssen jetzt nicht wieder hier auf Biegen und Brechen in irgendwelche Trades reingehen. Sollte sich was ergeben, wenn dann ein Short dann erst so ab 57.000 bzw. 58.000 US-Dollar, also ab hier oben. Das zeichne ich auch nochmal ganz kurz hier ein, da wo jetzt unser Pivot liegt, plus eben dieses letzte Zwischenhof. Das wäre so die nächste Möglichkeit, wo ich sagen würde, da könnten wir eine kleine Short-Position probieren. Ansonsten würde ich jetzt erstmal Montag vor allem jetzt die Finger von lassen. Freitag war genug Bewegung. Soll sich der Markt jetzt erstmal ein bisschen akklimatisieren, bevor wir dann in neue Trades reingehen. Gehen wir rüber zu Ethereum. Ethereum sind wir nicht rein in eine Position. Warum oder wieso, weshalb, warum? Erstens, weil es dann zu impulsiv ging. Wir hätten bei der ersten Bewegung, da wo wir bei Bitcoin dann long gegangen sind, bei diesen 55.300 US-Dollar, konnten wir bei Ethereum eben nicht long gehen. Das seht ihr jetzt gleich auf dem 4-Stunden-Timeframe, weil wir unseren Week hier unten nicht geholt haben. Eben hier. Wir hatten dann zwar auch die kurze Erholung und dann ging der Markt aber komplett nach unten. Das heißt, das hat sich nicht ausgespielt wie gewünscht. Da haben glaube ich 20, 30 Dollar gefehlt. Leider, deswegen sind wir hier in keiner Position drin gewesen. Grundsätzlich können wir das dann auch jetzt hier weg machen. Wir haben auch hier einen langen Docht jetzt hinterlassen bei 2.150 US-Dollar. Aber das gleiche Spiel wie bei Bitcoin, würde ich jetzt einfach sagen. Wir könnten hier noch ein kleines bisschen nach oben, 2.370. Trotzdem haben wir hier einen Docht und hier unten einen Docht bei 2.125. Und das würde perfekt hier unten in unsere Spot Order bei 2.100 bis 2.070 US-Dollar circa passen. Und dann startet der Bullrun. Also das auch hier, jetzt nicht nur das kurzfristige Szenario, sondern eher das mittelfristige Szenario, wäre einfach best case. Wir hätten dann einen gigantischen doppelten Boden hier bei Ethereum. Würde sehr, sehr gut passen für eine potenzielle Trendwende nach oben dann. Das wären jetzt hier unten, wie gesagt, das ist unsere Spot-Kaufzone. Die nächste Zone möglicherweise dann aber auch, um das mal so ein bisschen im Hinterkopf zu behalten, möglicherweise dann auch für mögliche Long-Trades. Die nächste Zone würde dann erst bei 1.900 US-Dollar liegen, wo wir dann eine neue Long-Position eröffnen könnten, beziehungsweise würden wahrscheinlich dann sogar. Ja, soviel dazu. Gehen wir rüber zu Gold. Auch hier hat sich nämlich was getan. Hier wurde unsere Position nämlich auch perfekt abgeholt. Da habe ich ja am Freitag auch noch im Video dazu gesagt, okay, wir sollten uns diesen Wig holen. Ich hätte gerne eine Bearish Divergence, die haben wir dann auch bekommen. Das heißt, auch hier Position abgeholt, erster Take-Profit genommen. Zweiten Take-Profit würde ich jetzt hier unter diesem Wig nehmen bei 2.484, also so bei 2.080, 2.480 rum an eurer Stelle. Deshalb habe ich mir das zumindest jetzt eingeprägt. Und ansonsten läuft unsere Long-Position ja auch noch. Jetzt sind wir jetzt in beide Richtungen hier im Markt drin. Das gefällt mir eigentlich relativ gut. Das heißt, wir haben jetzt erstmal Luft, beziehungsweise Zeit, wie wir die weiteren Trades planen. Also auch hier Glückwunsch, das habe ich dann auch in die Telegram-Gruppe gepostet, dass auch hier das, wo war es denn, wo war es denn, ach ja hier, Gold Stop-Loss Entry, beziehungsweise wurde dann abgeholt. Also da seid ihr immer auf dem neuesten Stand, wenn es irgendwas gibt. Ansonsten DAX, dritter Take-Profit, auch hier unsere Zielzone, perfekt im Pivot abgeholt. Leider nicht mehr hier hochgekommen, dass wir unsere Short-Position verdoppeln konnten, aber es ist mir jetzt auch Wurst, wir haben drei Take-Profits erreicht. Hier spiele ich jetzt gerade ein bisschen mit dem Gedanken, ob wir eine Long-Position aufmachen. Dann müssen wir jetzt aber jetzt erstmal abwarten, wie wir so in die Woche starten. Wir haben hier noch ein kleines Gap drinnen. Also hier in diesem Preisbereich bis ungefähr 18.180 Punkte. Da warten noch mehrere dann unten. Müssen wir doch mal schauen, wie tief das jetzt noch geht. Aber eine Erholung wäre jetzt erstmal so ein bisschen der erste Step. Das heißt, dass wir uns möglicherweise dann heute Long-Positionieren. Ich hätte trotzdem gerne so ein kleines Zeichen vom Markt, dass wir hier zumindest so einen kleinen doppelten Boden bilden mit einer Bullish Divergence, um dann, sage ich mal, nach oben hin auszubrechen bis auf 18.700 Punkte. Das wäre so der nächste Step. Würde ich gerne Long-Position aufmachen. Wir haben nichts zu verlieren. Die Short-Position läuft. Und dann könnten wir oben, genau da, wo jetzt unser Gap ist, eigentlich auf Einstundensicht, ist nämlich auch das Golden Pocket. Das würde also sehr, sehr gut passen nach derzeitigen Stand, dass wir jetzt eine Erholung sehen. Short-Position hier oben wieder verdoppeln. Wir hätten dann zwei Take-Profits beim Long. Und so möchte ich das die Woche dann auch handhaben. Ansonsten gehen wir noch rüber in den Forex-Bereich. Euro gegenüber US-Dollar. Wer da rein ist, auch Glückwunsch. Also auch perfekt abgeholt. Wir sind ins Golden Pocket gekommen. Stop-Loss-Entry würde ich jetzt auf jeden Fall machen. Ersten Take-Profit nehmen. Ansonsten ist das Ziel jetzt erstmal hier unten. Wer noch nicht drinnen ist, habe ich immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass wir hier nochmal hochgehen, diesen Wick holen, so ein kleines Doppeltop bilden und dann im Endeffekt den gleichen Step nach unten hin auch nochmal machen. Also ihr seht, es war Freitag sehr, sehr viel los. Hätte ich auch nicht gedacht, dass da so viel Bewegung noch reinkommt. Aber die Arbeitslosenzahlen etc., was da so kam, haben uns dann gut in die Karten reingespielt. Ansonsten müssen wir jetzt warten, was die Woche noch passiert. Wir schauen uns nochmal ganz kurz den S&P 500 an, der auch deutlich unter die Räder gekommen ist. Hier halte ich mich jetzt aber erstmal ehrlich gesagt ein bisschen fern. Wir haben so viele Trades offen, beziehungsweise so viel, was noch geplant ist. Wir müssen jetzt nicht auf Biegen und Brechen hier in jeden Markt einfach rein. Außerdem muss man den ganzen Shit ja auch mal dann managen. Ich glaube, wir haben vier oder fünf Trades offen, plus die ganzen Hedge-Positionen, die dann jetzt auch noch folgen könnten. Also spannende Woche. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Bitcoin hoffe ich, dass wir nochmal einen kleinen Crash nach unten hinkriegen und dann endlich in den Bullrun starten können. Gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Was sagt ihr zu dieser Woche? Seid ihr eher bullish, eher bearish? Wie habt ihr die letzte Woche mitgenommen? Schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Wird mich mal riesig und brennend interessieren. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Start in die Woche. Genießt euren Tag, auch wenn das Wetter zumindest hier absolut beschissen ist. Aber egal, Beste draus machen. Schöne, erfolgreiche Woche. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao und wie immer. Stay Crypt. Ciao, ciao.